Auch in der Nacht zu Dienstag haben die Kämpfe im Gazastreifen weiter angehalten. Die israelische Armee veröffentlichte unter anderem Filmaufnahmen, die zeigen sollen, wie Ziele angegriffen wurden, die mit der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas in Verbindung gestanden haben sollen. Darunter seien Orte gewesen in der Nähe eines Krankenhauses und einer Schule. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte weder den Ort noch das Datum, an dem die Videos gefilmt wurden, unabhängig überprüfen. In Jerusalem haben am Dienstag, genau vier Wochen nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, hunderte Menschen der Opfer gedacht. Mit einer Mahnwache erinnerten sie an die getöteten und verschleppten Personen. Auch in Berlin versammelten sich am Dienstagabend Menschen am Brandenburger Tor, um auf diesem Weg ihre Solidarität mit Israel zu zeigen.